Okay, Sprung. Ich möchte gerne den Powerhüpfer mal probieren, nochmal. Ah, verdammt! Krieg ich die Bombe auch? Ne, kann ich nicht. Dann mach ich halt einen Bodyslam. Mann, ich krieg das immer nicht hin, das mit dem Powerhüpfer. Ich weiß auch nicht warum. Mist, auch wieder nicht richtig. Okay, ich kann ja hier eigentlich nichts machen. Ich muss ja mal... So, Fähigkeiten, Bombe, auf Kirk, auf Captain Kirk. Naja, das hat nicht so ganz geklappt. Komm, machen wir mal einen Sprung. So, jetzt krieg ich es natürlich hin. Ach Mann. Fünf Sternenpunkte, yeah. Das mit dem Powerhüpfer muss ich echt noch üben. Wieso krieg ich das da eigentlich nicht hin? So hat es doch auch geklappt. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Nichts? Ne, auch nichts. Okay, ich dachte, hier wäre irgendwas drin jetzt. Hier geht es noch lang. Warte mal, hier ist ein Sprungbrett. Okay, ich gucke gerade nur, was hier wo ist. Da oben ist eine Truhe. Gut, also ich nehme jetzt mal die Truhe da oben. Erstmal, bevor ich... Gut. Nein, nur jetzt nehmen sie doch. So, was haben wir hier drin? Ausweicher-Orden. So. Schön. Und dann wollen wir mal... Äh, wo geht es denn hier hin? Ach, hier kommt man runter. Okay. Nein, ach scheiße. Ich glaube, hier kann ich auch gar nicht ausweichen, ne? Ich sollte vielleicht mal halt... Fähigkeiten. Verdammt. Wie fehlt... Folgendes. Ich mache mal hier... Erfrischung. Auf Mario. Mir fehlen Blütenpunkte. Blütenpunkte. Ich habe nicht genug Blütenpunkte. So einen Scheiß. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt habe ich wieder genug... Fähigkeiten. Bombe. Halt. Warte. Jetzt mit dem Zeigefinger. Ha! Siehste? So geht das. Mit dem Zeigefinger. Ich bin nicht viel schneller als mit dem Daumen. Ist wirklich so. Ich weiß nicht warum. Also, wenn ihr das Spiel spielt, ne? Probiert es wirklich mal mit dem Zeigefinger das zu drücken. Anstatt mit dem... Ne? So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie soll ich da rüberkommen. Warte mal. Dieses Sprungbrett bringt mich wahrscheinlich nach oben. Gut, ich komme mal wieder runter. Das ist schon mal ganz praktisch. Jetzt möchte ich bloß gucken, wie komme ich hier rüber. Also, ja nicht. Keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkomme. Komme ich vielleicht mit... Krupa? Ne, ich glaube nicht, dass das lang weit genug ist, oder? Ne, das... Toll, eine Münze. Ne, er kommt nicht weit genug, so ein Scheiß. Da muss ich wohl später wieder hin. Eine Münze. Oh, warte mal. Komme ich hier vielleicht? Ne, das geht nicht. Ne, das geht nicht. Toll. Das hat auch nicht so ganz geklappt. Ich wollte jetzt eigentlich da rüber, aber das geht offensichtlich nicht. Da muss ich irgendwas anderes machen. Verdammt. Fail. Nein. So ein Scheiß. Vor allem habe ich den Falschen auch noch als... Strategie. Mitglied wechseln. Bombette. So, Fähigkeiten. Bombe. Okay. Verdammt. Nicht mal mit dem Zeigefinger war ich gerade schnell genug. Okay, ich brauche auf jeden Fall... Ich nehme mal Items. Ich brauche... Ich nehme mal den... Kuppertee gleich. Auf Mario. Und jetzt brauche ich Blütenpunkte nämlich. Weil ich brauche ja die Bombe. Ich habe ja eigentlich keine andere Möglichkeit. Bombe. Ha! Wunderbar. So. Auch wenn zwei gereicht hätten. Irgendwie kriege ich die wirklich nur mit der Bombe, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht gibt es später dafür noch ein Item. Aber im Moment... Ja, nicht so. Und was ist hier? Ach, Honigsirup. Ach, cool. Das ist ja schöner. Kriege ich wieder Blütenpunkte dazu. Obwohl ich ja mehr verloren habe, als ich jetzt... Naja. So, warte mal. Hier jetzt einmal rüber. Okay, jetzt bin ich hier oben. Und hier ist ein Brief. Ach, schön. Ein Brief an Colorado. Ach, den. Der war doch in dem... Dings Kuppertorf da. Jetzt hier runter. Yeah. Und ach, jetzt bin ich hier unten. Okay. Soll ich den Brief jetzt zurückbringen? Oder soll ich jetzt erstmal... Nach dem anderen Brief suchen? Ich bin mir nicht sicher. Ich suche jetzt erstmal nach einem anderen Brief. Ich gehe einfach mal weiter. Aber hier bin ich auch schon mal lange... Ja, hier war ich ja schon. Aber hier geht es ja bestimmt nochmal weiter. Mal sehen. Das Spiel würde mir schon sagen, was ich als nächstes zu tun habe. Wenn ich falsch laufen sollte. Wer weiß das schon. Hier war ich noch nicht. Also früher, als ich das Spiel schon mal gespielt habe. Aber diesmal nicht. So. Und bisher ist es noch nicht... Ich komme hier nicht rüber, ne? So, jetzt kannst du wirbeln. Ne, ach. Jetzt bin ich hier unten. Okay, okay, okay. Verstehe. Ah, hier ist ein Brief. Wunderbar. Warte mal. Jetzt ist er verwirrt. Ich muss das ausnutzen, weil... Ich muss... Toll. Komm, komm wieder. Komm wieder. Und jetzt bitte einmal... So ein Scheiß. Mann. Das hat doch schon mal geklappt. Ha! Hahaha. Genau das wollte ich nämlich. Verdammt, jetzt sind da zwei. So ein Scheiß. Okay, Moment. Also, ich muss eh hier... Fähigkeiten, Bombe... Okay. Ha! So. Also, mit dem Zeigefinger geht es wirklich besser. Das A zu drücken. Ne? Das ist unglaublich. So. Warum ist das eigentlich so? Weiß das jemand? Hallo, hoch da. So, und jetzt zurück. Den ganzen Weg. Schön. Hier jetzt runter. Kann ich eigentlich rutschen? Ne. Ach, jetzt macht er die Bombe. Wollte ich gar nicht. Ähm. Jetzt wollte ich gerade nach unten drücken, weißt du? Weil in... Super Mario Brothers war das ja das Rutschen. Aber das geht ja nicht. So, hast du nie gern angegriffen? Egal. So, oh, ich kann speichern, ich kann speichern. Yeah, ich speichere mal. Alles klar. So, dann wollen wir mal weiter. Und zwar hier befindet sich doch noch bestimmt irgendwas Tolles. Hier könnte ich rutschen. Bin ich aber nicht. So, hätte ich können, aber ist ja auch egal. So, meine Nase juckt. Verdammt, blöde Nase. Weg mit dieser Nase. Jetzt erstmal auffüllen. Und dann wollen wir hier mal ganz kurz ein bisschen plaudern. Einmal Brief. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider immer. Noch immer. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich... Nochmals um deine Hilfe bitten. Ja, ich hab den doch schon. Ich drehe hier wirklich jeden Stein um, aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Ich hab ja noch einen. Brief. Der letzte Brief. Du hast ihn gefunden. Jetzt hab ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Oh, nochmals herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren. Ich glaube, dass mir während des Fluges über dem gesamten Königreich welche abhanden gekommen sind. Tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reisen wohl ein Auge für mich offen halten? Als Gegenleistung biete ich dir meine Hilfe an. Akzeptieren. Oh, gepriesen seien die Sterne. Der Gedanke an all die Briefe alleine suchen zu müssen, war nicht besonders schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Du sollst es nicht bereuen. Okay, ich muss also noch Briefe finden. Parakary gehört zum Team. Ach, cool. Drücke nach unten, um ihn Mario ein Stück tragen zu lassen. So kann Mario kurze Abgründe überqueren, über die er selbst nicht springen kann. Im Kampf kann er mit Luftangriff oder Panzerwurf einem Gegner den Hosenboden stramm ziehen. Und jetzt aber los. Ach, übrigens. Wenn ich jemandem einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Allerdings musst du mich vorher als Tiefmitglied ausgewählt haben. Sprich, ich muss an deiner Seite sein. Ist logisch. Vergiss das nicht, ja? Gut, dann wollen wir mal weiter. Da hatte ich ja schon mehrere Stellen gesehen, wo ich ihn brauchen werde. Wo war denn das alles? Das war doch einmal hier irgendwo. Nee. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ich gucke mal. Nee, hier war es nicht. Okay. Na komm, du bist mir gerade egal. So, das war hier irgendwo. Hier kann ich erstmal speichern. Das mache ich nochmal. Ja, 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 ja. Alles klar. So. Also, das war einmal hier irgendwo. Ich laufe jetzt einfach mal hier dran vorbei. Die sind mir gerade egal. Hier war das genau. Hier zum Beispiel. Aber dann war da noch mehr irgendwo. So, dann trag mich mal. Okay, dann haben wir schon den Erdbeam-Orden. Ach, schön. Das geht nicht während des Fluges. Oh, verdammt. Falscher Knopf. Ich wollte springen. Mann. Okay, was kann der denn jetzt überhaupt nicht? Ich muss mal gucken. Ich mache jetzt erstmal den Multisprung. Ne, ich mache mal den Power-Hüpfer. Ich probiere es einfach mal. Naja, er ist tot. Immerhin. So geht das eigentlich nicht. Nicht wirklich. Man muss eigentlich noch Luftangriff. Ah, das war sogar gut. Hey. Ah. Ha, ha, ha. Jetzt machen wir mal ganz normaler Sprung. Das sollte schon reichen. So. Ha. Und tot ist er. Schön. Vier Blüten... Äh, Sternpunkte. So. Und keine Blütenpunkte. So, Mist. Mann. Okay, hier war ich schon. Jetzt gucke ich mal. Es gäbe ja noch mehr hier zu entdecken. Es gibt noch viele tolle Sachen überall zu sehen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Das war doch hier. Ne, warte. Das war... Ach, da oben. Hier liegt nämlich noch was. Eine Blume. Die ist bestimmt für irgendwas gut. Aber ich muss jetzt erstmal hier... Hoch. Kannst du was passieren? Achso, ne. Ah, ne, ne, ne. Okay. Nein, du solltest drüber springen. Verdammt. Mario. Was bist du denn? Du bist doch blöd. Mann. Okay. Also gut. Ich kann jetzt selber nicht viel machen. Ich mache einfach mal das. Ich gucke mal. Luftangriff. Vielleicht Panzerwurm. Drücke nach links. Ah, verdammt. Boah, wie fies. Okay, ich kann keinen Sprung. Ich kann keinen Hammer. Ich mache mal Fokus. So. Okay, ich muss offensichtlich erstmal ein Teammitglied wechseln. Das ist vielleicht sinnvoll. Weil ich kann gerade nicht viel machen, leider. Strategie. Mitglied wechseln. Bombette. So, ich hoffe, die greift jetzt auch an. Ja, Fähigkeiten. Bombe. Und drei. So, Schaden habe ich gemacht. Das ist toll, aber. Ah, verdammt. Ich verpasse einfach immer den richtigen Moment. So, jetzt kann ich nochmal folgendes machen. Erfrischung. Auf Mario. Schön. Und jetzt nochmal Bombette, bitte. Das kann ja etwas dauern. So. Und Bombette. Du bist dran mit Bombe. Auf Kirk. Vom Raumschiff Enterprise. Ich weiß nicht, warum der Kirk heißt. Ob das Zufall ist? Ne? Tja. Tja. Grußfrequenzen geschlossen. Würde ich sagen. Und, ähm. Naja. So, dann wollen wir mal weiter. So, jetzt muss ich nochmal. Na, hallo Parakari. Dich brauche ich mal. Und du musst mich mal tragen. Hey, der ist verwirrt. So. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Hä? Wie? Sprichst du mit mir? Sonst ist ja niemand hier. Also musst du mich meinen. Es ist schon lange her, seit ich von meiner Heimat, den Blütenfeldern, hierher gekommen bin. Aber du bist die erste Person, die mit mir spricht. Sonst nimmt niemand und Tiz von mir. Die wenigen Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Ich lebe ein gutes Gespräch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Dies ist ein wertvolles Samenkorn. Halte es in Ehren und denke an mich. Du hast ein Zaubersamen erhalten? Okay. Bitte pflege den Samen mit viel Liebe. Eines Tages wirst du davon profitieren. Gut, das ist bestimmt für irgendwas gut jetzt. Na ja, gut. Ich will jetzt einfach mal hier rüber. Und auf welchen wir mal hoch. Dann schauen wir mal. Da war ja auch nochmal was. Boah, jetzt muss ich hier die ganzen Sachen wieder abklappern. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Warum? Warum? Reicht es nicht, wenn ich das einmal machen muss. Jetzt muss ich hier nochmal hin, um die Orden zu holen. Man, 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 man. Also um den einen Orden da zu holen. Also jetzt hier runter bitte. Und da runter. Darüber jetzt. Genau. Und jetzt fliege. Und jetzt einmal hier hin. Genau. Und jetzt hier wieder rüber. Nein. Ach, verdammt. So, wie viele sind es jetzt? Okay, einer nur. Ich mache mal folgendes. Ich mache mal einen Powerhüpfer. Und zwar auf dem hier. Naja, dreimal reicht ja. Ist er ja schon tot. Mehr als dreimal schaffe ich irgendwie auch bisher noch nicht. Luftangriff. Ich wette, das geht nicht. Das war so klar. Okay. Kann sich nicht bewegen. Ich möchte gerne. Ich muss das Mitglied wechseln. Das geht wirklich nur mit. Oder was habe ich noch? Ahorn, Sirup. Das würde mir alles nicht helfen. Kuperblatt. Er setzt alle Gegner in tiefem Schlaf. Das bringt es auch irgendwie nicht. Ich muss tatsächlich die Mitglied wechseln. Kann ich nicht. Weil der ja am Boden ist und scheiß. Sterne. Ich kann Fokus machen. Ich kann nicht mehr machen als Fokus. Das ist doch scheiße. Was ist das für ein Gegner? Was soll denn das? Sternenergie lädt sich ein wenig auf. Okay, jetzt. Möchte ich einmal bitte. Mitglied wechseln. Zugbombette. Und. Naja, das würde nicht viel bringen. So. Toll. Kann man den denn nicht irgendwie... Mann. Immer der falsche Moment. Das ist doof. Okay, ich hätte jetzt gern ein Item. Ich nehme mal das Kuperblatt hier. Müsste reichen. So, Bombette. Du bist dran. Und zwar mit einer Bombe. Verdammt. Jetzt bin ich nicht mal mit dem Zeigefinger schnell genug. Wie schnell soll man denn drücken? Verdammt. Sternpunkt, da habe ich fünf bekommen. Schön. Ich möchte gern weiter. Und zwar... Wo muss ich überhaupt lang? Hier muss ich lang. Genau. Und jetzt hier runter. Na, dann rutscht mal Mario. Genau. Okay, dann wollen wir mal. So kann ich schnell entfliehen. Okay. Aber wirklich schneller bewegen, glaube ich, tue ich mich nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn mich ein Gegner angreift, bestimmt praktisch. Hm. Doch, ich glaube, ich bin sogar ein bisschen schneller so. Aber ernsthaft? Warte mal. Ich brauche jetzt erstmal hier Parakari. Hallo, pflegt mich mal bitte rüber. Danke. So, hier ist eine Brücke. Da oben ist fast ein Geier. Was zum Geier? Vor allem, der sitzt vor dem Nest irgendwie, glaube ich. Nicht in. Hey du da, schön langsam, bürschi. Was? Nicht so schnell. Ich hab die Döschchen auch mal gesehen. Nicht gesehen. Alter, was ist das für Dialekt bayerisch oder was? Ah jo, sehr ähnlich. Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrier vom Bowser. Und jetzt sag, wer bist denn du? Prinzessin Peach? Nee, Luigi bin ich.